Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Mafia 3 Special. Ich habe mich extra rausgeputzt mit dem guten Lincoln, denn ich kann euch doch das alternative Ende zeigen, bei dem wir den Thron besteigen und uns zum Anführer der Stadt von Nuberdeau machen. Ja, die anderen Enden kann ich euch leider natürlich jetzt nicht aus dem Ärmel zaubern, wo wir Vito oder Burke als Anführer einberufen, denn sie haben normal weniger Bezirke als Cassandra und Cassandra hat glaube ich drei, Vito zwei und Burke einen und ja, dafür müsste ich das ganze Spiel jetzt nochmal neu spielen, aber zumindest dieses Ende kann ich euch noch zeigen. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir jetzt den Thron selber für uns beanspruchen. Sel und Georgie sind weg und nach dieser ganzen Scheiße, irrt die Stadt uns. Endlich können wir ein paar Dinge in dieser Stadt wieder gerade biegen und ins Gleichgewicht bringen. War mir nicht sicher, ob wir je so weit kommen. Ah, wir können gemeinsam herrschen oder alleine? Ich würde sagen, wir machen das mit denen zusammen, oder? Das ist auch nochmal ein anderes Ende dann. Verrückt. So viele Enden. Wir sind nicht hier wegen dem, was ich oder was einer von euch getan hat, sondern weil wir eine Einheit sind. Und nur solange wir das auch bleiben, kann uns niemand an den Karren pissen. Gleich nachdem er Selma Kano getötet hat, übernahm er die Kontrolle. Aber die Stadt reichte Lincoln nicht. Er expandierte im ganzen Süden nach Florida, North Carolina und South Carolina. Unfassbar viel Geld kam da rein und er ist klug damit umgegangen. Er hat es verteilt, hat die richtigen Leute geschmiert, regelmäßig. Die Stadt und ihr Lieblingssohn, hm? Ja. Er hat das Hollow wieder aufgebaut, Frisco Fields aufgekauft, den Vergnügungspark wieder eröffnet. So viel Geld und Wohltaten, Lincoln hielt sich für unantastbar. Aber niemand ist unantastbar. Gut, ein paar Schulen und Krankenhäuser sind ihm ewig dankbar. Auch hat er für wohltätige Zwecke gespendet hier und da. Aber nichts spricht ihn los von seinen Verbrechen. Darum war ich für diese Dokumentation. Die Menschen sollen die Wahrheit über Lincoln Clay erfahren. Lincoln hatte seine Finger überall drin. Drogen, Schnaps, Prostitution, was auch immer. Alles, was Geld reingebracht hat, er musste dabei sein. Wenn er in den Morning News war, aufgeplustert wie ein Pfau. Manchmal denke ich mir, oh Lincoln, wärst du doch gleich mit Sammy und in einer gestorben. Wäre eine Erlösung gewesen für alle. Ausschalten, Schluss jetzt. Ich will dazu nichts mehr sagen. Kein Wort. He-Headshot. Be manipulate. I need fertility. Get out. Beplace Beestä Beientôt Untertitelung des ZDF, 2020